Mir wäre gerade fast ein Joke eingefallen, aber dann war der nicht lustig. Haha, ein wenig dick. Ja, gut. Scheiße. Hanna macht einen Corona-Test und jetzt wollen wir sie zum Lachen bringen. Das ist der letzte Test. Was? Das ist der letzte Test irgendwo. Kurs, stimm dich auf den Test, ja? Das ist eine erste Sache. Weißt du, was mir an dir gefällt? Deine Weiblichkeit. Du bist heute so sexy. Boah. Was haben Menschen gegessen, bevor Pizza erfunden war, Nudeln. Oder Tomach. Nudeln. Du hast ja einen geheimen Job als Dr. Sorry, aber wenn du zu Adi fährst, bist du dann Dr. Blas. Voila. Was, jetzt kommentieren die Leute über Hi Dr. Sorry und dann bist du sofort wahrscheinlich Hi Dr. Blas. Ich hab dir was mitgebracht. Milch. Nicht ganz. Die ist für nach der Überraschung. Nein. Das hier sind Carolina Reaper Chilis. Die schärfsten Chilis der Welt. Sie sind sogar schärfer als manche Pfeffersprays. Und ihr kennt mich ja. Ich liebe es zu teilen. Das ist die schärfste Chili der Welt. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin so empfindlich, was schärf ist. Echt? Wie schlimm ist es so? Nein, es ist die schärfste Chili der Welt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hast du die ganze? Mir geht's nicht gut. Hast du genug erwischt? Spürst du schon was? Meine ganze Zunge. Das war so gut. Nein, nicht springen. Du meinst auch. Nein. Trink Milch, das hilft. Na, warte, ich bin kein Pussy. So wie du. Das ist, als würde ich meine Lippen aufblasen. Voll gut, ein Plumbing-Effekt. Ja. Das kannst du jeden Tag in der Früh machen. Jeden Tag so weinen. Wie geht's dir? Das sieht so scheiße und traurig aus. Aber deine Lippen sind voll schön. Leon kann gar nicht schauen. Das war ein Fehler. Ungeschöns, Leon. Lass dir keinen. Du weißt schon. Sie sollen in zwei Wochen noch nicht den Mund nehmen. Zwei Wochen? So schlimm kannst du dann auch nicht wehtun. Ich kann dir das so richtig bildlich vorstellen. Das ist positiv. Du kannst jetzt testen, wie sich Chlamydien anfühlen. Hm. Ich kann dir eine Geschichte darüber erzählen. Aber nicht wegen sechs. Da war ich noch zu gerne. Ich kam mir gerade vor, wie du so rumläufst, der kleine Jerry. Eng, feucht und dreckig. Flipp. Eng, feucht und dreckig. Flipp. Langsam. Ich weiß gar nicht, wo ich mich als kleines Kind angesteckt hab. Kannst du das so animieren, dass in meinem Mund da so Feuer rauskommt? Weiß nicht. Probier mal. Ich seh schon, da kommt irgendwas an. Was kriegst du, wenn ich schluck? Zehn Euro. Wie determined du auf einmal bist. Nein. Nein. Hast du sie geschluckt? Holy shit. Oh mein Gott. 1 zu 4, ja, hallo. Du siehst aus wie so ein Lama. Guck mal, ich hab die Gänsehaut. Schieß mal, ich hab die Gänsehaut. Probier mal eine zweite, vielleicht gleich siehst aus. Minus und Minus ergibt plus. Hanna übrigens. Minus und Minus ergibt. Wie kommst du los? Was meinst du, zehn Euro? Kein, ich überweise. Ah, das brennt so. Kann man, kann man mit Kattenturbeln? Sag mal deinen Lieb an. Ah. Tee. Ah. Oh mein fucking Gott. Das sieht voll schön aus. Danke. Nächstes Mal bitte nicht so viel essen. Die Chilischoten können nämlich schärfer sein, als man denkt. Und du nächste Woche wieder. Warum haben alle meine Freunde keine Zeit zum Flotten für mich? Fuck. Das ist gar nicht so schlimm. Mhm. In drei, zwei, eins. Beschreib mal die Lage. Schlaf. Schlaf? Schlaf. Ah. Schlaf. Schlaf. Du schlachst dir aber ganz gut. Was war das mit der Zunge? Geh voll. Geh voll. Meinst du? Nein. Nein. Also. Der Vlog ist noch nicht vorbei, denn nach dem Auto kommt noch was. Aber vorher danke fürs Zusehen und nicht vergessen zu abonnieren, denn es ist gratis. Man kann sich immer umscheinen. Peace. Aber es brennt nur rechts hinten, ist rechts hinten das Scharfschärfezentrum. Im Hirn, also berühst das Gehirn quasi schon fast. Deswegen war es bei dir nicht scharf. Sie kommuniziert mit ihrer Hexenfamilie über Ultraschall. Auf einmal kommen die alle beim Fenster rein. Auf einmal kommen die alle beim Fenster rein.